Das ist eben Uhr. Ja, ich sitze jetzt im Auto und wir fahren jetzt zum Frühparsen. Ich bin jetzt am Flughafen und ja, wir sind eigentlich überpünktlich da. Ich fliege eigentlich erst in fünf Stunden. Aber ja. Dong ist auch gerade gekommen zum Flughafen. Er hat sich jetzt wieder versteckt. Irgendwo da. Willst du Schuppe machen oder Banane? Nee, ich bin schon satt, danke. Ach, mein kleiner, süßer Bruder. Ja, ich will den Zohle. Was machst du? Ich sitze das alte, dann bei mir. Okay, bei mir auch so. Hm, also, viel Glück eben. Wir sind in drei Wochen. Wir sind in drei Wochen, okay? Drei Wochen, ja. Eine, drei Wochen. Ich kann nicht so. Lass dich von der Bayer einfach nicht. Mach ich. Jetzt. Dann bist du, dann bist du. Ich bin ja so. Wenn's oben. Dürr. Okay. Wir sitzen jetzt endlich im Flugzeug und habe ein Fenster, das ist er gerade dran können. Ja, endlich Check-in für das ganze Drum und Dran. Pauskampole war so anstrengend. Ich fliege zum ersten Mal mit einem russischen Airline über Moskau nach Vietnam. Ich sitze jetzt im Flugzeug, ähm... Ich fliege direkt jetzt nach Halpo-Chemingstadt. In Deutschland ist es jetzt 10 vor 10. Aber ich bin total müde, daher schlafe ich jetzt. Hallo. Wir sind schon bald da. Okay, wir sind nicht so viel. Also noch 2 Stunden und 40 Minuten ungefähr, dann sind wir da. Ja, ich bin jetzt aus dem Flugzeug ausgestiegen. Und suche als nächstes meinen Koffer. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich in Vietnam bin. Okay, jetzt heißt es Familie suchen. Oh, es ist sehr gut. Es ist es warm. Es ist warm. Ja, es ist warm. Ehe. Das ist schon so gut. Vielen Dank.